Guten Morgen! Ihr wisst jetzt schon anstrengt zu dem 16. Michael's Adventskalender zwischen 2018. Liebe Zuschauer, nach dem Zeitraffer habe ich noch ziemlich viel gebaut. Und das würde ich auch mal sagen, zeige ich euch jetzt. Ihr seht schon hinter mir, ein Berg ist entstanden. Oh ja, ich habe ziemlich viel hier geteraformt. So ein kleiner Hügel ist das, wo dann später auch Bäume draufstehen werden. Hier ist so ein bisschen uneben. Hier haben die Menschen es sozusagen schon eigentlich ebener gemacht. Da kommt ja noch das Rathaus hin, der Marktplatz und hier eine Shopping-Wall. Und hier habe ich schon einmal überlegt, ein bisschen von dem Straßenmuster. Das werden die Straßen sein, also von den Farben her. Und hier hinten, denke ich, wird dann noch ein Strandchen kommen. Und ich denke, das Ganze wird ein tolles Projekt. Liebe Zuschauer, jetzt ist echt einfach offiziell, was rede ich da? Nein, jetzt ist nicht offiziell die China-Map hier, also die Lobby sozusagen fertig. Ihr seht ja jetzt schon gerade, es ist ziemlich schön. Damit mache ich halt jetzt keine Häuser, sondern ein bisschen Bücher, Wiese, Pflanzen. Halt die Atmosphäre verbessert. Die Häuser habe ich aber noch nicht. Die werden in den nächsten Türchen dran kommen. Ich hoffe, euch hat die Heute-Gefall gefallen. Wenn ja, dann hinterlassen, like, also einen Daumen nach oben. Dann bis bald. Nein, ciao. Ich glaube, euch really. Tschüss. 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 Ich bin一直 in Putin. jetzt.